Gut gelaunte Damen schnüren ihre Wanderschuhe. Gleich geht es los, hinauf zur Buchelalpe bei Bad Hindelang. Dieser Ausflug ist jedoch kein gewöhnlicher. Hier brechen fünf Krebspatientinnen mit zwei Krankenschwestern und ihrem Chefarzt auf. Die Patientinnen haben alle einen Tumor entfernt bekommen, eine Strahlentherapie hinter sich. Das hat an den Kräften gezerrt, körperlich und seelisch. Gerade deswegen steht die Wanderung jetzt auf dem Programm. War es bis noch vor zehn Jahren so, dass wir den Patientinnen, also nicht nur den Brustkrebspatientinnen, eher maximale Schonung nach der Erkrankung empfohlen haben, haben wir jetzt gute Ergebnisse aus sehr großen Studien, die zeigen, dass genau das andere, nämlich die körperliche Aktivität zur Genesung im körperlichen Bereich, im psychischen Bereich und auch im sozialen Bereich sehr positiv einwirken. Diese Erkenntnisse bewegten die erfahrene Onkologie-Schwester Petra Schäfer, das Wanderprojekt zu schaffen. Sie wollte den Patientinnen die Möglichkeit geben, ihre körperliche Leistungsfähigkeit neu zu erleben und neues Selbstwertgefühl zu gewinnen. Zwölf Wochen lang bereiteten sich die Frauen mit Nordic Walking vor. Dann ging es für vier Tage in die Berge. Übernachtet wurde auf Hütten und die Erfahrungen waren positiv. Also ich habe jetzt beim ersten Mal die Erfahrung gesammelt, dass die Frauen wirklich, die haben zwölf Wochen vorher trainiert auf das Ereignis hin, dass die wirklich schon während dem Training sehr, sehr gute Fortschritte gemacht haben im psychischen Bereich, also sich da wirklich wieder das Selbstwertgefühl geholt haben. Auch natürlich körperlich die Kondition hat zugenommen und auch der Spaß und die Freude in der Gruppe natürlich zu trainieren und sich auch auszutauschen. Also es war für mich eine Riesenherausforderung, weil ich ja eigentlich nicht so der Bergmensch bin, eigentlich mehr das Wasser liebe, aber es war wirklich super toll. Wegen der positiven Erfahrungen wird die Aktion in diesem Jahr wiederholt. Und das nicht nur für die Brustkrebspatientinnen der Memminger Klinik. Auch andere krebskranke Frauen aus dem Allgäu können sich anmelden. Ja, wir haben schon Anmeldungen, aber es sind noch Plätze frei. Also es wäre noch möglich bis circa 10. Mai und am 14. Mai haben wir schon unser erstes Treffen eben mit der Gruppe und im Juni startet das Training. Die Vorbereitung umfasst zwei wöchentliche Nordic Walking Einheiten und ein Muskelaufbautraining. Die große Tour schließlich wird vier Tage dauern. Ausgangs- und Zielpunkt wird Oberstdorf sein. Die Frauen freuen sich schon jetzt darauf, die Berge gemeinsam zu bezwingen. Genau so, wie sie gemeinsam den Krebs bezwingen wollen.